RunFootball NFL Live. Immer sonntags ab 18 Uhr auf ProSiebenMax. An Weihnachten lösen wir Kriminalfälle mit Detektiv Colin. Kämpfen Seite an Seite mit Freeza und Goku. Erleben fantastische Welten mit Mirai. Los, komm jetzt! Und geben die Hoffnung nie auf wie Susu. Das würde ich aus einem Traum erwachen. An Weihnachten kommen wir zusammen für einen ganzen Tag voller Anime. Heiligabend auf ProSiebenMax. Jean ist ein Genie, das fast alles kann. An seine Ideen kommt keiner ran. Nadia und Jean scheuen keine Gefahr. Und zertrennen liegt dieses ungleiche Paar. Nadia hat ein großes Geheimnis. Einen Stein so blau wie das Meer. Kräfte magisch und geheimnisvoll. Warnen sie stets vor Gefahr. Lassen kein Unheil zu. Blue Water heißt der Stein. Viele wollen ihn haben. Doch sie sagt nein. Immer wieder nein. Blue Water ist dabei. Wie in einer Wälder Zauberlein. Komm mit uns ins Abenteuerland.